Abonniere den Kanal. Das motiviert mich sehr, Ihnen das Beste zu bieten. 31 Gruppenspiele ohne Niederlage, der FC Bayern stellt in der Champions League einen neuen Rekord auf. Der FC Bayern sicherte sich einen neuen Rekord in der Königsklasse, mit einem 5-0-Sieg gegen Viktoria Pilsen blieben die Münchner im 31. Spiel in Folge in der Gruppenphase der Champions League ungeschlagen. Was halten Sie vom 5-0-Sieg des FC Bayern München gegen Viktoria Pilsen? Kommentiere hier Finn. Bayern auch im 31. Gruppenspiel ungeschlagen. Die Bayern feierten 28 Siege und gingen nur dreimal unentschieden vom Feld. Die letzte Niederlage der Münchner liegt vier Jahre zurück. Der FCB unterlag Paris Saint-Germain unter Trainer Carlo Ancelotti mit 0 zu 3. München bricht Rekord von Real Madrid. Real Madrid hielt den bisherigen Rekord. Der aktuelle Champions League-Sieger ging zwischen 2012 und 2017 nicht als Verlierer hervor, bevor die Königlichen eine 1 zu 3 Niederlage gegen Tottenham hinnehmen mussten. Danke Fan, abonniere den Kanal, um nichts von Bayern zu verpassen.